Ein herzliches Willkommen Leute zu der Priam Mission in Fire Emblem Awakening. Seht ihn euch an, wie er da steht mit seinen Brecher Skills, mit Sonne, Mond und Ragnall und diesen unglaublichen Werten Wahnsinn. Ja, und einer riesigen Armee noch dazu. 50 Leute hat Priam dabei. Autsch! Und sie haben natürlich auch noch Effektivwaffen und was weiß ich alles dabei. Bei, ihr seht unten, haben wir selbst 12 Leute. Ich kann, man kann bis zu 30 mitnehmen, aber das kann ich mir nicht erlauben. Da gäbe es viel zu viele Schwachstellen bei unseren Charakteren, dementsprechend müssen diese Leute ja mithalten. Und ihr seht, es ist jetzt Wallhard dabei und auch Yenfy und ihr werdet euch sicherlich fragen, was machen die denn hier? Aber das ist ganz einfach. Wir werden sie noch zur Weibernlord- bzw. Greifenritter-Klasse wechseln lassen. Dadurch haben wir zwei zusätzliche Flugeinheiten und ich meinte ja schon das letzte Mal, als ich so ein bisschen hier meine Strategie erläutert habe, dass es sehr sinnvoll ist, hier viele Flugeinheiten zu haben. Und noch dazu, das kam ja dann, hat er ja sowieso diesen netten Skill hier. Das bedeutet, ich kann ihn perfekt als Langbogen-Beta benutzen quasi. Das heißt, er wird so die Langbogenschützen ein bisschen herausziehen können, ohne dass er selber darunter leidet zu sehr. Das ist das Ziel, weil er wird keinen Effektivschaden bekommen, auch nicht als Flugeinheit natürlich. Und das ist schon ein großer Vorteil, den wir uns zunutze machen wollen, selbstverständlich. Und Yenfer hingegen ist einfach nur super schnell und ist, denke ich, eine ganz gute Hilfe, so, wenn wir das machen. Ich denke, das ist nicht schlecht. Einfach mal hier und da ein bisschen einschreiten. Auf der anderen Seite soll erstmal Lissa den Blockvogel spielen. Wir werden mit Lissa hier hochfliegen und das wird bedeuten, dass euch ein Großteil der Einheiten sowieso schon zu Lissa gehen wird. Also wirklich sehr viele Leute sollten sich dort anschließen. Das ist dann relativ normal. Das ist das, was man so zu erwarten hat. Denn die KI sucht sich natürlich die Schwachstelle raus und wird ihr folgen. Tja, zu blöd, dass wir da unten einen sicheren See haben oder ein sicheres Meer sogar. Denn ich habe ja hier auf der Karte es ausgerechnet, selbst mit einem Langbogen dort unten kommen die quasi nicht hin. Und das ist unser Ziel. Lissa soll erstmal einen Großteil der Armee abziehen lassen. Nach dort drüben, während wir uns mit einer etwas größeren Streitkraft dort drüben versuchen. Und wir schauen, dass wir die Langbogenschützen an der Stelle so ausschalten können, dass wir den See als sichere Zuflucht nutzen können. Das sollten insgesamt etwa zwölf sichere Felder, glaube ich, sogar sein, oder? Wobei, hier kann man ja direkt auf die Ebene gehen, also muss man hiermit rechnen. Aber es ist ordentlich viel. Dann sind es sechs Felder, die wir haben. Auf jeden Fall genug, um unsere Einheiten auf diesem See zu platzieren und niemand kommt mehr ran. Das ist auf jeden Fall gar keine schlechte Idee. Damit wir das alles jetzt allerdings machen können, Leute, müssen wir nochmal kurz zur Weltkarte wechseln. Ich habe einfach nicht genug Zwei-Ziegel. Wir könnten allerdings Wallhardt schon mal hier wechseln lassen. Mit einem Zwei-Ziegel in die Wyvernlord-Klasse, wo er auch satte 50 Stärke hat. Und er ist nicht so langsam, dass er große Probleme bekommt, dass er selber gedoppelt wird. Glücklicherweise fällt das zumindest raus. Und er hat 41 Zaf, das heißt nochmal plus 5. Deswegen habe ich ihm hier jetzt Zorn gegeben übrigens. Dass wir auf 46 kommen, dann machen uns diese ganzen Scharfschützen auch nicht mal so viel Schaden mehr. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen großen Vorteil. Und damit holen wir uns jetzt Wyvernlord Wallhardt. Tja, der wird auf jeden Fall, denke ich, das alles rocken können. Da er einen wunderbaren Skill hat, der eben Effektivschaden verhindert. Und der Wyvernlord ja normalerweise doch recht anfällig ist. Da ist das natürlich schon sehr, sehr cool. Ausgezeichnet. Ja, es haben viele Werte darunter erstmal gelitten, aber das macht gar nichts. Nochmal einen Tick mehr Stärke, aber vor allem wird er später auch noch Fähigkeiten bekommen, etc. Und mit Ächsen ist er eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich habe jetzt keine Lanze gefunden, die noch ganz gut wäre oder so. Ich denke, wenn er einfach mal mit Heels Zorn tankt, ist das voll und ganz ausreichend. Dazu kriegt er Lucina gestellt. Oh Mann, arme Lucina. Aber sie gibt ihm die Geschwindigkeit, die er gegebenenfalls brauchen wird. Und hoffentlich auch ein bisschen ausweichen. Beziehungsweise die Doppelschlag-Chance ist ja etwas höher bei ihr. Also haben wir vielleicht sogar eine Chance, dass sie hin und wieder mal zuhaut. Zumindest sobald die Langbogenschützen erfolgreich rausgefiltert wurden sind. Jetzt müssen wir allerdings, wie gesagt, kurz auf die Weltkarte wechseln. Mal gucken, was sich so alles tut, so ganz nebenbei. Hm? Neue Händler vielleicht? Nein? Nur ganz, ganz viele Feinde doch da oben. Was haben wir hier? Tempofedern und Waffenschreiben. Auch interessant. Aber wir brauchen sämtliche Ressourcen, die wir erstmal haben. Und sollten uns vor allem jetzt erstmal das Zweiziegel hier schnappen. Viel Gold haben wir leider nicht dabei. Und eigentlich könnte man auch unseren Avatar nochmal auf Level 1 setzen. Damit da einfach noch ein bisschen Potenzial sich krallen kann irgendwo. Wie auch immer. Wäre nicht verkehrt, glaube ich. Damit sind wir dann allerdings ressourcentechnisch voll und ganz ausgelastet. Ich glaube sogar, ich gönne mir mal einen Tank der KP. Da kann nicht unbedingt verkehrt sein. Ich glaube, für unseren Avatar wäre da gar nicht mal so schlecht gerade. Jo, den habe ich mir jetzt einfach mal auch noch gegönnt. Weil das bedeutet, mehr Vergeltungsschaden. Beziehungsweise auch, dass wir einen Tick mehr aushalten. Das kann schon ganz brauchbar noch sein. Haben wir eigentlich Dinge, die wir verkaufen können? Ich zweifle irgendwie dran. Ich glaube, das wird jetzt wirklich so... Ja, wir sind ressourcentechnisch wirklich am Ende mittlerweile. Aber wir können noch durchaus ein paar Statusbooster verteilen. Immerhin, das ist möglich. Wir müssen mit Rettungen aufpassen. Ich habe viele Rettungen dabei. Und das können wir auch gut ausnutzen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ich hoffe, meine Strategie geht auf. Aber das werden wir ja gleich sehen. Der Strahlende hält und es geht nochmal los. So, Yenphi kriegt seinen Wechsel. Und der braucht wahrscheinlich auch gleich Waffen schreiben, wovon wir allerdings zwei Stück haben. Und da es eigentlich sonst niemanden gibt, der wirklich viel damit anfangen kann, ist das auch in Ordnung. Ihr seht schon, alles ist schon ein bisschen vorbereitet darauf. Er kann eben auch ein Wyvernlord oder ein Greifenritter werden. Bei Greifenritter hätte er halt nur die Möglichkeit, auf Äxte zurückzugreifen. Wobei er schon überdurchschnittlich schnell, trotz allem, er ist als Wyvernlord immer noch mit 42 Speed. Das ist schon nicht schlecht und seine 40 Fähigkeit. Wobei ich sagen muss, hier gefällt mir die Fähigkeit wiederum besser. Vielleicht gehe ich doch eher auf den Greifenritter. Wobei wir da natürlich jetzt nicht viel aus dem Waffenschreiben leider rausholen würden. Aber ich glaube, es bietet sich doch etwas mehr an. Weiß nicht. Ist irgendwie, glaube ich, doch angenehmer. Er hat immer noch eine bessere Astra-Rage. Von daher, ja, und er ist halt einfach schneller. Vielleicht doppelt er dann mal was. Ist bei ihm, glaube ich, eh wichtiger. So super viel Def hat er dann eh vergleichsweise nicht. Ne, dann machen wir das doch so. Ich glaube, das ist doch etwas klüger. Dann haben wir auch mal einen Greifenritter dabei. Wir hatten ja bisher noch gar keinen, ne? Ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden rüber wechseln lassen. Greifenritter können sich auch später noch den Lancebreaker holen. Das heißt, eigentlich eine sehr wichtige Fähigkeit. Von daher, gerade für ihn natürlich. Genfy, den man ja vor allem in Schwertklassen natürlich erlebt, ist da der Lancebreaker natürlich super. Gleich nochmal ein Stückchen berauchbarer. So. Okay, ich glaube, ne? Gut, wir könnten gleich auf C-Niveau auch kommen, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Den Hammer für Effektivschaden habe ich ihm mal gegeben. Damit kann er zumindest Generäle killen, wenn er möchte. Und den kann er jetzt auch ausrüsten mit 50. Immer noch sehr gut dabei, würde ich sagen. Und er hat ja eine brillante Fähigkeit. Das heißt, der Typ trifft wenigstens auch. Das ist ja auch wichtig. Eben. So. Wir haben noch ein Elixier dabei. Das kriegt mal Lucina. Da ich sie mit Wallhardt ja zusammenspielen werde. Und er braucht das, weil er wird hauptsächlich erstmal tanken müssen. Jetzt sind natürlich die ganzen anderen Leute mitgekommen. Nope. Von euch kommt diesmal niemand mit. Das ist leider einfach nicht drin. Wir müssen unsere Strategie stur umsetzen. Ansonsten haben wir nicht die geringste Chance. Haus. So. Auch die Vorbereitungen hätte ich damit getroffen. Habe jetzt die Tränke so verteilt, wie ich denke, dass es am besten ist hier. Und natürlich hier auch mit 85. Und dazu noch die Zusatzgeschwindigkeit, die ihm wahrscheinlich wirklich, wirklich entsprechend helfen wird in dem Kapitel. Also sehen wir doch mal, Leute, wie das Ganze letztendlich ausgehen wird. Es wird Zeit, diese Schlacht zu beginnen. Sieg alle besiegen. Tja, ein klares Ziel. Aber wir haben mehr als genug Probleme in dieser Mission, schätze ich mal. Ich hoffe, wir schlagen uns einigermaßen brauchbar. Aber das werden wir schon sehen. So, nochmal plus sieben gibt es obendrauf. Dann hat er sagenhafte 45, ne? Wahnsinn. Cool. Das ist zumindest schon mal sehr beachtlich. Und wir werden uns hier nochmal kombinieren. Und natürlich auch hier Yenfei mit Miriel zusammen. Auch ein ordentlicher Support. Und Aversa geht zu Cordelia. Ausgezeichnet. So, Leute. Somit steht die Sache schon mal einigermaßen. Natürlich auch das hier war klar, dass wir das machen. Puschen wir entsprechend nach oben. Und sehen mal, dass wir hoffentlich gut vorankommen. Dass es hoffentlich nicht zu viele Probleme gibt. Dann die Sache wird nun mal verdammt tough werden. Das ist klar. Benutzt mal diese Rettung. Ich will Wallhard direkt ein bisschen weiter oben haben. Wenn möglich. Ja, so kann ich vielleicht einigermaßen schnell schon solche Leute hier rausziehen, ne? Dann macht das auch nochmal so, dass wir hier ein bisschen sammeln können vielleicht. Dass er gleich noch ein bisschen weiterkommt. Dieses Feld könnte wichtig sein. Weiß nicht. Mal gucken. Und ansonsten natürlich auch Yenfei. Er darf da oben nicht fehlen. Und dann fehlt jetzt nur noch Lyssa. Und ihr sollt vor allem den Gegner baiten. Das ist klar. Wir wollen hier vor allem Leute rauslocken, die jetzt denken, oh, sie haben ja leichte Ziele. Aber dem ist nicht so. Glaubt mir. Ihr werdet verarscht. Das ist alles, was ich vorhabe. So können wir vielleicht die Fronten einigermaßen teilen. Und ihr seht anscheinend, beißt der Feind auch schon an. Er konzentriert sich auf die Südostflanke. Aber vergisst dabei, dass wir einen sicheren Rückzugsort haben. Ganz weit im Südosten. Und somit wird uns wahrscheinlich auch nicht viel passieren können. Aber wir müssen gucken, Leute. Okay. Sehr gut. Sie pushen alle ordentlich. Das ist klar. Ihr seht, es bewegt sich wirklich jeder Einzelne. Selbst der Boss Priam ist halt kein Scheuer. Es ist ein richtig, richtig krasser Kämpfer, der Typ. Und naja. So hat er sich das nun mal gedacht. Und das hier wird auch nicht gerade lustig. Wir können ihn allerdings schon mal da drüben hinlocken. Wenn wir uns jetzt ein bisschen ins Getümmel stürzen. Ich weiß nicht, ob ich das direkt so aggressiv machen sollte. Auf der anderen Seite. Wir verkraften auch einen Astra. Das weiß ich. Wir würden so einen Angriff durchaus überstehen. Sein Vollpush wäre nicht unbedingt. Naja. Wobei müssen diese Leute halt auch noch in Betracht ziehen. Dummerweise gibt es hier halt hin und wieder auch noch Krieger. Die mit Talion ausgestattet sind. Hier ist jetzt allerdings gerade nur einer. Weil sich der andere verkrochen hat. Problem ist, ich habe ja immer noch zu viele Ärger. Das ist ja auf der anderen Seite. Könnte ich denn Wallhardt schon mal rausziehen wieder? Naja. Das ist noch nicht sicher genug. Ich könnte ihn wahrscheinlich später schon noch von hier aus rausziehen. Aber. Hm. Wir müssen hier irgendwie erst mal schauen, dass wir die Situation gut unter Kontrolle bekommen. Wie machen wir das am Geschicktesten? Lass mal sehen. Er kann doppeln, oder? Was? Du machst so wenig Schaden? Er hat 44 Death. Meine Güte. Ist das gemein. Und Mirielle. Naja. Die macht zwar ordentlich Schaden, aber. Die doppelt dann wiederum nicht. Fies. Ganz schön fies, ey. Boah. Warte mal. Du hast Aversa dabei. Sie könnte eventuell doppeln, oder? Sie hat 45. Das würde reichen, ja. Sie ist zwar relativ stark, aber auch nicht so stark. 64. Die Frage ist, ob Cordelia überhaupt Schaden machen kann. Ne. Ja, ich habe ja gemeint. Ne. Das Gegnerniveau spricht für sich. Es ist absolut krank hoch, dieses Niveau. Wie weit kommst du denn? Okay. Du kommst bis dahin. Ich will auf jeden Fall, dass dieser eine Typ mal nach da hinten rennt. Dann ist er schon mal separiert von der Gruppe. Und wir können ja erst mal hier ein bisschen pushen. Ne. Das ist ja nicht so schwierig. Mit Helds Zorn solltest du das vertragen. Einigermaßen, ja. Hoffe ich mal. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen. Wie gut, dass ich letztendlich schlagen wird. Du hast immerhin den Hammer, der hier dann wiederum viel Schaden machen sollte, ne? Naja, es geht. Auch das habe ich mir irgendwie prickelnder vorgestellt, als es letztendlich ist. Aber gut. Wir haben ja unseren Avatar. Also kein Grund zur Scheu. Absolut nicht. Wir stehen das schon durch. Unsere Gruppe ist stark, ja. Sehr, sehr stark. Aber hier muss ich auf jeden Fall zu dir rüber wechseln. Das ist klar. Und wir müssen gucken, dass unser Plan mit Lissa auch aufgeht. Dass wir die Leute lange genug verarschen können da drüben. Das hat Top-Priorität. Leute verarschen. Yeah. Okay, Sumia, du kommst mal mit nach drüben. Ich will möglichst schnell da drüben den Luftraum beherrschen. Denn sobald wir uns zu diesem See zurückgezogen haben, sollten wir genug sichere Zone vor uns haben. Ich glaube, du kommst nicht so weit, ne? Das bringt es nicht wirklich. Leider. Und hier können wir auch bestenfalls nochmal, naja, sammeln. Bringt es jetzt auch nicht so wirklich. Aber wir stehen jedenfalls schon mal da. Und das ist das, was zählt. So, rüber zu euch hier. Der Feind meint, er wäre klug. Aber ich glaube nicht, dass er das wirklich ist. Wir gehen hier hin. Achso, wer ist denn noch? Achso, du bist noch nicht bewegt worden. Alles klar. Kein Thema. Und los geht's. Wir werden angegriffen. Aber diese Ritter sind nicht das große Problem für uns. Sehr schön. Arbeite zusammen. Ihr macht das schon. Ihr seid doch gut. Ihr kriegt das hin. Damit geht die Dezimierung des Feindes los. Und mit ordentlich Recovery noch dazu. Sehr schön. Das freut mich natürlich auch. Ah ja, und hier kommt noch einer. Ein Söldner mit einem Tomahawk. Aber du hast dich mit dem Falschen angelegt. Tut mir leid. Sehr schön. Mach ihn fertig. Ausgezeichnete Arbeit. Und da greift er an. Was? 52? Oh mein Gott. Wartet mal. Habe ich den Skill falsch gelesen? Oh Gott. Ich muss mir den unbedingt gleich nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Kann das sein? Ich habe das mit Wallhardt noch nie gemacht an der Stelle hier. Das war jetzt nur so ein Gedanke, der mir hier kam. Dass das eigentlich ganz cool wäre. Aber vielleicht war das gar nicht die beste Strategie. Und es kommen mir zu viele Leute gerade hier rüber. Das gefällt mir nicht. Wir haben zwar ganz gut schon Leute rüber beordern können. Aber jetzt haben dummerweise sich einige Kriege angeschlossen. Was mir nicht gefällt. Wobei, dich kann ich wahrscheinlich jetzt erledigen. Die Frage ist, wie weit kommt ihr denn alle hier? Ihr kommt nämlich nicht so weit. Naja, es geht einigermaßen. Ich kann euch jedenfalls rausbringen ohne Probleme. Ja, das sollte möglich sein. Wartet mal der hier. Ja, wir können den einkesseln und können vielleicht dadurch auch Einheiten erstmal nach oben locken bei diesem See. Vielleicht ist das gar nicht mal so dämlich. Wir wollen auf jeden Fall nicht die volle Offensive hier abbekommen. Das ist wichtig. Und an diesen Typen können wir uns nicht regenerieren. Das ist ein großes Problem. Sowas hasse ich absolut. Wie die Pest, Leute. Furchtbar. Eventuell arbeiten wir mal mit einer Rettung nach unten danach, oder? Hm. Ich meine, ich würde am liebsten gerne den hier schon mal rausgefiltert haben. Dann haben wir deutlich weniger Stress. Hier sind halt nur mit Astra eigentlich ein Problem. Aber selbst dann machen sie halt 16 mal 5. Das reicht halt nicht ganz aus. Und der hat Stärke gesammelt. Deswegen ist es sogar deutlich mehr, als es normalerweise wäre. Kommt mir gerade noch dazu. Normal würde er eben sowieso weniger machen. Aber sie sind fies am Sammeln. Das kommt noch dazu. Wir müssen echt völlig aufpassen in dieser Mission. Hier geht es aufs Ganze, Leute. Ich glaube, da oben sind wir gerade erst mal... Ja, wir können zuschlagen. Und das auch relativ gut. Mit ordentlich Wumms. Sollten wir das eigentlich auch packen können, oder? Ich meine, du hast auch Chrom dabei. Und auch so oder so machst du gut Schaden, ne? Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann sind vielleicht einige dabei, die jetzt nach oben wollen und nicht nach unten gehen. Das hilft uns dann nämlich auch weiter. Dann würde ich hier mit Wolfberg draufhauen. Wie viel Schaden machst du eigentlich? Das ist jetzt nur wegen einem Support, oder? Normal machst du weniger. Deutlich weniger. Lohnt sich ein Schnitter? Auch nicht so wirklich, ne? Dann bleib bei deinem Dimensionsfalschen. Das passt schon. Wir hauen mit Wolfberg drauf. Und können ihm ja auch gut Schaden zufügen. Ja, er hat jetzt noch 16 Lebenspunkte. Das ist echt wenig. Mit Gunknir können wir immer noch gut Schaden machen. Und zu dem Chrom auch noch mit zuhauen wird. Der natürlich sowieso ideal mit dabei ist. Let's go, Sumia. Du machst das schon. Sehr gut. Ihr habt zusammengearbeitet. Das ist es, was zählt. Genau. Und damit ist da oben schon mal wieder was frei geworden. Sehr gut. Okay. Das hilft uns doch deutlich weiter. Aber wir können schlecht jemanden rausretten jetzt. Und da drüben würde es sich bald wieder zusammenfügen. Aber die Leute können nun mal nicht so krass pushen. Das geht gar nicht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal dorthin. Würde ich sagen. Bei euch ist das ja relativ eindeutig, was wir machen. Wir lenken alle Gegner nach dort unten. Und tja, irgendwann werden sie sich wieder verkriechen wollen. Weil sie können halt selbst mit einem Langbogen niemals dorthin kommen. Es ist unmöglich. Und diesen Vorteil werden wir uns natürlich voll und ganz zunutze machen. Das ist klar. Und somit können wir sie eben entsprechend separieren. Auch wenn es übel ist, dass sie auf uns zukommt noch. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ihr mit Sol und so seid auch nicht so gefährlich. Ihr hier mit Astra seid die Gefährlichsten mitunter. Der Weiser, in dem kriege ich halt relativ wenig Lebenspunkte leider wieder hergestellt. Das ist das andere Problem. Hier haben wir jetzt auch nicht so viele Leute, die irgendwie, ja, mit Wirbelwind oder so uns unterstützen könnten. Wobei, würde ich den Avatar jetzt nach oben ziehen? Das würde vielleicht die Leute auch wieder gut beschäftigen, ne? Kannst du das denn? Hm, so weit ist unser Range leider nicht. Aber Cordelias Range könnte später ausreichend sein. Lass doch mal kurz sehen. Angenommen, ich wäre noch ein paar Felder weiter. Hm, da müsste unser Avatar natürlich auch ein bisschen weiter sein. Ich würde ganz gerne dort dann stehen. Aber es wird schwierig möglich sein, leider. Und auch du kannst nicht wirklich so viel machen hier. Ich überlege nur gerade, wie ich das am geschicktesten mache. Dummerweise ist jetzt der Typ mit seinem Langbogen gerade hier. Und nervt mich so ein bisschen. Die Situation ist ein wenig uncool, dass der Langbogentyp hier gerade rumsteht. Andererseits kann ich Langbogenleute rausfiltern, habe ich weniger Probleme. Aber ihr, wenn ich einen Nahkampf angreife, dann ist das leider fatal. Das kann ich nicht riskieren. Die müssen wir auch noch irgendwie separieren, die Talion-Leute. Sonst haben wir ein Problem. Da finde ich die hier nicht mehr unbedingt so schlimm. Weil zur Not kommen wir schon irgendwie durch. Aber Talion ist das andere Problem, ne? Und solange wir einen Langbogennutzer haben, können wir halt echt nicht viel machen. Wobei ich habe jetzt die Hoffnung, dass jetzt einige nach oben abziehen werden. Das könnte ich eigentlich auch als Strategie erstmal nutzen. Du hast ja doch einen relativ guten Range, ne? Es geht ja eigentlich voll und ganz klar. Also würde es ihn auf jeden Fall locker rausziehen können. Wenn wir jetzt diesen Langbogennutzer erledigen, was wir wahrscheinlich auch schaffen, ne? Ja, relativ einfach. Dann sind wir das Problem schon mal los. Später kommt nochmal einer hinzu. Okay, sehe ich gerade, dass der oben rumsteht schon und auf uns wartet. Aber dann können wir zur Not auch mit Rettungen arbeiten. Weil Walhart hatte schon fast alleine genug Kraft, um ihn zu erledigen quasi. Ich glaube, das wäre erstmal das Wünschenswerteste. Dass wir hier erstmal ein bisschen pushen mit unserem Avatar. Schade, es ging daneben. Und er hat natürlich auch getroffen. Aber nichtsdestotrotz reicht es nicht ganz aus. Tut mir leid. Kannst du es wann anders nochmal versuchen. Okay, Leute, sehr schön. Da er jetzt gefiltert ist, ist das natürlich weniger ein Problem hier oben, die ganze Situation. Ich würde einen Avatar eigentlich ungerne so weit wegschicken. Ich weiß gar nicht. Er ist jetzt hier. Wie weit ist unser Range denn aktuell? Im 18. Das heißt, neun Felder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Oh Gott, da müssen wir irgendwo hier stehen. Das geht natürlich gar nicht. Das können wir leider absolut nicht machen von der Position aus. Wir haben Sumia noch in der Nähe. Wartet mal. Doch, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, wenn wir zwei Rettungen erarbeiten. Aber dann... Ach, verdammt. Ich kann das mit Sumia leider nicht machen. Oder was würde passieren? Das geht ja, glaube ich, generell nicht, oder? Also hier mittendrin. Ich weiß gar nicht, wo er dann landen würde. Ich glaube, das kann man nicht machen, oder? Doch, das geht. Aber landest doch nicht im Wasser. Wartet mal. Ich denke mal, dass er dann unten am Ufer landet, oder? Am nächsten Punkt. Wenn es aber reicht, um dich davon zu separieren, ne, doch auf Distanz würde es gehen. 76 und so ist natürlich eine ganze Menge. Du bist noch nicht im Vorteil-Range. Das ist das Problem eher. Das macht die Sache um einiges gefährlicher. Ich könnte dich aber nochmal hochhehlen, oder? Warte mal. Sumia hat das im Vorrat. Richtig. Du kannst auf den Vorrat zugreifen. Wir haben noch einen Pugertief im Vorrat. Das sollte uns aus dem Range rausbringen können. Und gleichzeitig können wir ihn nach unten bringen dadurch. Wenn er nur ein Feld weiter unten wäre. Hier. Wäre das eigentlich super. Ich probiere es mal aus. Weil ich glaube, weil er unten eigentlich immer bevorzugt wird, ne? Sollte er dann eigentlich dort landen. Wobei ich habe keine Garantie. Das ist ein anderes Problem. Was, wenn er jetzt auf diesem Feld da drüben landen würde? Ich habe Rettung noch nie so ausprobiert. Das ist das Interessante. Weiß nicht, ob ich es riskieren soll deswegen. Das ist ein bisschen heikel, ne? Schon sehr grenzwertig, das dann hier auszuprobieren. Aber ich glaube, ich mache das einfach mal. Und wenn er im Wasser irgendwie hier landen würde, würde mich das jetzt nicht sonderlich stören. Weil solange die Leute ihn nicht erreichen, ist alles in Ordnung. Die Schwertmeister machen wir wegen Astra-Problem. Aber Astra ist nur ein Problem, wenn wir halt nicht sehr hoch stehen. Also so ab 81 halten wir es aus, wenn sie Stärke sammeln. Ansonsten halten wir auch mit, ich glaube, knapp über 70 noch einen Schlag aus. Ich will das jetzt mal ausprobieren, weil es mich einfach brennend interessiert, was dann passiert. Ich habe das, glaube ich, so noch nie benutzt. Also wir probieren es mal aus. Ja, er ist tatsächlich hier gelandet. Das finde ich super. Das war echt nicht schlecht. Und du kannst dir wirklich einfach einen Pogertief mal kurz aus dem Vorrat krallen, ne? Genial, okay. Ach, du kannst ihn aber nicht nutzen. Oh. Das war jetzt allerdings nicht unbedingt so geplant. Hm. Aber du hast immer noch einen gewissen Range, den du abdeckst. Du kannst ihn wahrscheinlich, du kannst ihn nicht hochziehen. Ne, ne. Blöd. Das macht die Sache jetzt doch relativ gefährlich. Ich habe jetzt niemanden noch zum Sammeln da, der irgendwas Sinnvolles hätte, ne? Ne, das sieht problematisch aus. Und du bist leider auch relativ nah dran. Oh. Doofe Situation. Ich kann jetzt wirklich nicht viel machen gerade. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist hier oben mal kurz Wallhard schon mal ein bisschen zu healen. Wenn er nicht sowieso später dann sein Elixier einfach benutzt. Aber es hilft uns zumindest ein bisschen. Also von daher, Meisterlands ist glaube ich nicht so wichtig, wir machen eh zu wenig Schaden für die meisten Einheiten. Aber das ist zumindest ein gewisser Fortschritt irgendwo. Da müssen wir wegen Astra halt höllisch aufpassen. Wobei M halt auch eins... Also sie könnte hin und wieder auch mal eingreifen bei einzelnen Hits. Kann natürlich passieren, klar. Sollte man jetzt nicht gleich die Hoffnung verlieren. Aber es ist auf jeden Fall hart. Das war auch schon klar, dass die hier herkommen. Okay, kein Astra ist wunderbar. Dann ist die Sache deutlich sicherer. Ja, und an solchen Leuten kann ich mich vor allem wieder hochdielen ohne Probleme. Das wird immer klappen. Sehr gut. Okay, wunderbar. Macht nur weiter so. Macht nur weiter. Jetzt ist sie sogar mal eingeschritten. Das ist ideal. Sehr schön. Ausgezeichnet. Okay. Es läuft soweit. Das ist sehr gut. Soweit geht die Strategie noch auf. Und das ist gerade kein Langbogennutzer in der Nähe. Weil die können halt Nosferatu-Strategien halt komplett vermasseln. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Langbogennutzer. Dann macht der Gegner halt was ganz Simples. Er greift auf Distanzen an und killt dich dann halt mit dem Langbogen einfach zum Schluss. Dass du dich nicht mehr recoveren kannst. So intelligent ist die KI dann leider. So, jetzt würde ich auch einen Astral sogar verkraften. Aber er macht tatsächlich auch keinen. Sehr gut. Ja, und sie greift immer mit an. Das ist herrlich. Auf zwei unten könnte ich sogar mit einem anderen jetzt angreifen. Und das Gute ist, dass sein Talion nicht triggern kann, wenn er mit einem Bogen kommt. Das ist halt auch sehr wertvoll. Wenn sowas passiert. Und auf die Art und Weise können wir sie hier ganz gut ausschalten. Ohne, dass wir viel riskieren von ihren Skills. Der hier ist natürlich sehr lästig. Das ist klar. Es ist halt ein Magier. Wir haben einen Zauberbrecher. Und der wirkt hier anscheinend gerade auch. Das ist exzellent. Ja, er erledigt ihn gar. Ich hoffe, wir... Ah, Arcanum hat getriggert. Fies. Wenn man vom Teufel spricht oder so. Wollt es gerade bemängeln. Dass Arcanum noch ganz schön blöd wäre. Aber seht sie euch an. Wir haben sie tatsächlich separiert. Und es funktioniert. Und sie werden Lissa niemals angreifen können. Das ist es ja. Das ist ja das Schöne daran. Es ist unmöglich. Es ist absolut ausgeschlossen, dass sie an Lissa kommen. Das ist so herrlich. Weil ich weiß das einfach da unten. Das kann gar nicht funktionieren. Oh mein Gott. Schaut sie euch an. Sie tappen voll in meine Falle. Auch wenn jetzt einige doch nochmal zurückgegangen sind. Haben schon gecheckt, was los ist. Ganz so blöd sind sie dann halt doch nicht. Aber gut. Ich demarkiere mal alle da unten. Ah ja. Das heißt, das ist der Range von euch. Aber in den Langbogen-Range sind wir auch noch nicht drin. Das ist sehr gut zu wissen. Ja, und Priam wird auch bald kommen. Aber ich bin schon mal sehr froh, dass wir vor allem an Kriegern schon mal fleißig welche ausschalten konnten. Man kann hier halt nicht mal richtig Skill rerollen. Denn das geht auch nicht. Dieser Trick, den ich euch hin und wieder gezeigt habe. Einfach mal immer wieder eine Mission verlassen und betreten. Geht halt hier nicht, ne? In Spotpass-Kapiteln ist es, glaube ich, sogar noch schlimmer. Als, glaube ich, fast komplett vorgegeben ist bei manchen. Was die für Skills haben müssen und so. Und das ist halt echt doof. Aber gut. Jetzt können wir in der Tat endlich mal Gebrauch machen von einigen Wirbelwinden. Wenn wir das Glück haben und eine vernünftige Trefferquote dabei haben. Na ja, 88% haben wir zumindest im besten Fall gerade. Wenn ich auf den Vorrat zugreife. Ich brauche ja nur zwei Schadenspunkte. Ach, er hat Vorteil dabei. Vorsicht. Haha. Wir müssen auf Distanz angreifen bei ihm. Das geht gar nicht anders. Jetzt wäre ich fast in diese Falle getappt. Das wäre böse gewesen. Aber nee, nee. Keine Sorge. Er hat nur einen KP. Und er hat keinen Vorteil. Ist das korrekt? Ja, ist korrekt. Sehr schön. Die meisten sind auch nur mit ihren Klassenskills gesegnet. Das kommt noch dazu. 91% mal 2 ist wunderbar. Das können wir später so machen. Hat der da unten eigentlich Vorteil? Ha, natürlich haben die alle Vorteil. Da haben sie schon mitgedacht, die Entwickler. Dass man hier nicht so... Ja, ja, ja. Das ist fies. Aber hey, ihr seht, was ich meine. Wir sind jetzt endlich mal separiert. Wir haben erst neun Leute erledigt. Aber genau so muss das laufen. Ihr seht, hier unten sind diese drei sicheren Felder. Und die sind immer gegeben. Selbst wenn der jetzt mit seinen Langbogen hier drüben steht. Eins, zwei, drei. Tja, das ist vier. Geht nicht. Kann er unmöglich erreichen. Auf ne Klippe kann man sich nicht stellen. Ne? Eben. Das ist Tabu-Zone. Das heißt, hier ist sein eigentlicher Range. Angriffs-Range beginnt hier. Eins, zwei, drei. Ja. Perfekt. Wunderbar. Genau wie ich es ausgerechnet habe. Und dadurch sind sie jetzt separiert. Sie werden also später auf jeden Fall wieder versuchen, da rüber zu laufen. Aber das werden wir unterbinden, indem wir einfach wieder mit Lister vorfliegen. Dann denkt die KI wieder, oh, da drüben ist ein Feind, der wäre eigentlich leichter. Fliegen wir mal da rüber oder gehen wir da rüber. Zack. Machen wir dasselbe. Und wir verarschen sie hin und her. Und so können wir diesen Teil eben separiert halten. Und das ist sehr, sehr schön. Und währenddessen kümmern wir uns hier um die ganzen Leute. Die nächsten Züge können wir auch ganz gut planen. Und wenn es mal keine Langbogenschützen mehr gibt, dann sind wir hier wenigstens in Sicherheit. Seht ihr? Selbst jetzt haben wir noch relativ viele sichere Felder. Und das ist echt schön. Aber Leute, das war es dann auch für den heutigen Part. Wenn das weiter so läuft, dann wird das auf jeden Fall gut ausgehen. Ich freue mich. Sehr schön. Alles läuft nach Plan. Und ich würde einfach mal sagen, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Awakening. Bis zum nächsten Mal.